Servus Leute, Willkommen zurück bei mir, der ihr Obsogt und Neck in Kapitel 6. Kapitel 5 war ja doch unter anderem mit diesem tollen Auge. Nicht gerade sehr einfach, aber das haben wir ja dann schlussendlich doch noch gut gelöst. So nach 10 Minuten Trial and Error. Boah, jetzt natürlich hier Kapitel 6. Ist ja das, was ich auch schwer so Problemchen hatte. Nein. Na ja, mal gucken. Ich glaube, da war jetzt hier der erste Checkpoint auch relativ weit weg. Glaube ich. Doch nicht. Hier. Ach ja, diese Stelle hier. Macht es natürlich nicht besser. Oh, deswegen. Oh, rup. So, rup. Ich diese komische Roboter hier hasse. Nein. Hopp, 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 hopp. Wie geht denn da? Ja, diese Stelle hier habe ich auch gestorben. Das weiß ich noch. Ja, nö. Gut, jetzt werden wir noch wenigstens. Ach ja. Nein. Nein. Hm. Na, das geht noch. Ah, das ist da oben, glaube ich. Ja, genau. Diesen vier Tippen insgesamt. Sehr schön. Ja, bisher läuft ja ganz gut. Jopp. Schon 6-2. So kann er weitergehen. Zügig durch hier. Da ist hier die Hälfte von dem Spiel auch schon wieder geschafft. Also von hier den Drichter noch sehr schwer. Na, die hat alle ja eigentlich gar nicht töten müssen, ne? Och, nö. Wartenvogel. Na, endlich noch mit Schutz. Oha. Den ich nicht lange habe bei dem Treffer. Hopp, 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 hopp. Diesmal nicht da hinten lang geradeaus laufen, sondern hier hoch. Bin wieder stolz auf mich, dass ich das selber nicht gekriegt habe. Okay. Ist schon weg. Mei, oh, mei, oh, mei, oh, mei. Na ja, von der Nacht wird ich da wieder mit den drei Sachen, wo man da überall hinlaufen muss. Das macht es natürlich auch nicht schneller. Oder besser. Bam. So, ne, mach' ich. Kommt der ja gleich aus. Ja, also ein Treffer ist schon heftig. Wenn du den da abkriegst. Jopp. Von dem Spiel sowieso. Ja, noch mal. Dann sich die Würfe von diesen Dingern treffen lassen. Ich fühle den Roboter. Sehr schön. Aufsache ist fertig. Ganz vergessen, mein Zeug hier ist er weg. Das ist natürlich, äh, doch, doof hier. Hm. Hm. Also, wenn ich das hier gerade sehe, muss ich die ja eigentlich alle gar nicht machen, ne? Hm. Das ist einfach mal. Doch, die muss ich machen, ja. So, also die definitiv. Gut, es ist ja natürlich extrem low life. Hm. Wie es einfach gut ist. Ah. Ah. Oh. Mei. Oh. Mei. Oh. Der andere Rolle der. Das sind nur die Schade Hm Uff So Geht doch Hüpp Hüpp Löt Hier Genau Sehr schön Und alle drei voll Ah Genau Jetzt geht das los Die drei Eingänge Gehen wir aus meinem links Hüpp 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 Na, natürlich nehmen die jetzt alle wieder an. Ach, der war doch schon nichts tot. Ja, dann machen wir es halt doch wieder so, wieder schwer auch. Ich muss ja nochmal mal durchrennen, aber dann sind wir nicht alle Gegner weg. Hä? Ach, lol. Gut, dann halt nicht. Das ist wohl in dem Fall auch egal, ob ich eure Stimme oder nicht. Der trifft dich wohl immer. Ja, haha. Puh. Gut. Der Herr das Ding jetzt nicht entzünden kann. Jetzt schauen wir mal hier hin. Genau. Jetzt sollte es aber gehen. Richtig, alle Gegner weg, sehr schön. Na, bin ich vorhin nur in der kolische Ölsuppe hängen geblieben. Hm. Hat er nur schnell wieder am letzten Mal. Aufschwer. Ja. Puh. Dann da ab in die Mitte. Tuh. Genau. Wow. Jetzt gleich wieder so ein toller Oberla. Super duper. Vorteil daran ist, dass ich nur noch von einer Stage in die andere kommen. Na. Ja. Sehr schön. Ja, da haben wir alles. 6-3. Perfekt. Genau. Ah, Fluch. Puh, 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 puh. Ah. So. Da war jetzt keinen großen Terz immer drumherum. Das geht so schneller. Hm. Ah, Mist. Shit. Gut, darum kommen wir auch gleich hier die zwei Speerfuzzis. Pussen. Hm. Oh. Ai, 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 ai. So. Ab eins höher. Na doch, das ist schneller wie auch schwer. Da hatte ich da kommen schon ein bisschen mehr Probleme. Na. Gut, dann natürlich müssen wir das auch mal klar rausfinden wie wo was. Das ist ja natürlich wenn man das alles schon mal durch hat. Ein bisschen schneller dann. 6-4. Ja, das letzte in Kapitel 6. Ja, das letzte in Kapitel 6. So wird es endlich sein. Ja. Das ist noch leppig. Das ist noch leppig. Ja. Das ist noch leppig. Das ist noch leppig. Das ist noch leppig. Das ist noch leppig. Ja. Das ist noch leppig. Das ist noch leppig. Ja. Du 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 du. Dach. Achja, so ist das hier. Bleh. Kann ich ja auch so ein komisches Spiel oder? Ne? Schlimmer. So, jetzt soll ich natürlich kein Zuberruf mehr. Macht aber nichts darüber, ich sehe schon das Ende. Das Ziel ist in Sicht. Ja, das war's. Ich möchte das hier schon nicht nehmen. Oder auch nicht. Au. Nein. Verdammt. Gut gemacht, Mac. Danke. Hab ich das schon mal gehört. Ach nee. Ich glaube, ich bin so schnell gerade im Moment. Ich spiele nicht ganz so hinterher. Sehr schön. Sehr schön. 1-2-4-mal wieder. Ja. Ganz klar, immer für den. Hey, ich glaube, ich kann Ihre Zelle sehen. Mhm. Verzeihung, dass ich von dem Weg wüsste. Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Kein Ding. Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Das hier hätte ihm gefallen. So, hat das wehgetan? Nö. Ja, ne? Gut. Die Arena war auch connect. Jetzt mal schauen, was die letzten Roboter machen können. Na, Mist. Da ist schon mal auf jeden Fall nichts mehr an. Ausschalten. Ja, gibt's das jetzt auch. So, sehr schön. Jetzt sauer. Das war das. Kapitel 7. Wunderbar. Gut, dann höre ich natürlich an dieser Stelle nochmal auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal in Kapitel 7. Auch sehr schwer. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao und Servus.